Und was anderes bleibt ein Zehen übrig? Ich bin ich eigentlich mittlerweile so farbend. Wann ist das passiert? Ach, ich muss... Ja, okay. Nicht tot. Entschuldigung. Bin ich wieder anders farbend? Oh, aha. Das Vieh wieder. Mach nicht. So, warte mal so. Ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Zack, zack, zack. Mir im Hammer. Danke. Okay. Hammer ist nicht die Lösung. Ich denke jetzt... Ich bin ein Drill schlag und ist ja die Lösung. Er hat schon schon eh gelösend zu sein. Jawoll. Ach, das ist ein Cyperksturm. Ach, das ist ein Cyperksturm. Es geht um. Daher! Warte einen Moment. Es ist der Tür. Ja, was ich dir. Klar, gut, Sol. Serienisch, wenn ich nicht mehr wusste, würde ich sagen, dass du eigentlich den Ort bist. Danke, Mikey. All right. Das ist nicht viel weiter. Gut. Wenn es nicht mehr weit ist, dann geht das. Ich muss mir alle noch. Mal, warum wird es am besten? Wissen. Das ist Wissen. Der Fall überall hier. Keeper Hammer. Ich bin echt ne Newton mal richtig Husten hier. Aber dann gib mir das auch noch. Okay, jetzt habe ich nicht gewusst. Aber die ist gekratzt. Aber die ist gekratzt echt auf den Sack. Das ist so ne Truhe. Da kommen wir nicht mehr hin. Das ist gemein. Wow. Das ist so neuer. Das ist wirklich ein Mensch. Das ist so neuer. Das ist so neuer. Das ist so neuer. Ich bin echt nicht mehr. Das ist so neuer. Das ist so neuer. Das ist so neuer. Oh, weißt du, weil der weg ist. Ah, guck mal einer an die Sprungen hier ab. Am Boden, Entschuldigung, ich hab schon wieder Lust davon gehabt Was wird davor sein? Das könnte nur sein Ich weiß es nicht Lett, lett, lett Entschuldigung Ach, da kann man mal speichern Äh, sollte man, ich hoffe erstmal Ach, die war, ok Schmieden? Irgendwas? Nee Boah, wir können gar nicht schmieden Nice Schmiedes Karten Danke, dass es in Twilight Town ein Briefkasten gibt Deswegen fliegt jetzt nicht jedes Mal weiter und zurück wegen den Briefen Weil das ist ja vollkommen Let's send this off, next time we're in Twilight Town Ja, next time Not this time Hm Da steht das Akufat, ganz merkwürdig Ja komm Hm 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 Everybody look for Boo's door Oh Randall Didn't you learn your lesson with that pile of junk fiasco? Hm Oh, I learned a lot Wait, Mike, something's different Oh Oh, please It's just more junk Hm 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 A non-versed Mike Time to reach down and let the scary out Okay, got it. Schrei! Und Bowling! Wahrscheinlich erstmal diese Tentakel ausschalten, damit man in die Müsse hier selbst ankommt, ne? Oder wie das ich bestehe? Oh, ich habe eine Chance. Ja, ich würde noch mehr Leben geben, dem Typen. Das ist eine gute Idee. Ups. Okay, ich nehme die nächste Box gut an, gerade. Sehe ich einen. Wow, wirklich viel Schaden hat aber auch nicht. Ich wollte gerade weg. Der Scheiß wieder. In der ganzen Zeit wird ich gar nichts machen, Freund. Nein. Kannst du klingeln. Warte mal. Nein. Haha. Das ist überhaupt irgendetwas gebracht. Ich glaube nicht. Ich versuche mal das. Ich habe vorher noch nie versucht, aber ich versuche es jetzt mal. Okay. Das reicht's. Und mir nämlich auch. Okay. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Moment gut. Was ist ja sehr stark? Ich bin schon mit der Mose- Sie ist ja. Ich bin schon mit dem W Iiran alt. Das ist ja sehr stark. Ich bin schon mit der Mose- Sie ist. Okay, langsam wird's nicht nervig hier. Ich kann die irgendwie auch alle nicht wirklich... Versuchen wir doch mal das hier. Haben wir noch ein paar Coop-Dinger, die wir ausprobieren können. Was bin ich denn da drin? Ich glaube schon. Okay, das ist übrigens eher der Coop. Okay, also viel... Jetzt hör da mal auf, ey. Find's immer... Blöd, dass die Eidermsäule verschwinden. Nein. Ups. So, das ist gut. Woopie Bamba! Woopie Bamba! Oh, komm, ey. Hier. Oh. Vielleicht viel für die Form. Wer war ich? Okay, langsam ist heftig. Langsam ist gut heftig. Typ nervt ganz schön. Ah, das macht ja eher das. Raketentanz! Ich suche mal mit der Königstrand. Aber die waren relativ gut, fand ich. Ich mach mal ne Gutschaden so. Zum Glück. Mono-Skill. Wuh! Jawoll, der hat gesessen. Jawoll, der hat gesessen. Ja. 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 Wo soll der jetzt hin? Oh, kommt Retour! Moia! Hm. Hm. Guck. Ich habe schon gehört, dass angeblich gegen mal zu einfach sein sollte, so von allem, aber ganz im Ernst, an sich finde ich das nicht, ich bin immer so blöd dafür, kann auch sein, aber für mich ist das nicht so einfach, ich finde es auch relativ schwer, diese gute Wolke, Danke, mein gott, ich klinge so schwitzig, mal wieder, so einfach, so einfach, so einfach, so einfach, wie, dass das nicht so ist? ah All right, and in you go. There's no place for you here anymore, Randall. Now we're in the business of making children laugh. You think it's funny? Hilarious! The more that you whine, the funnier it gets. Enjoy your extended vacation. You clowns are going to be sorry when I find my way back and I finally take over this place. All the mercators in the house again. Are you kidding? Oh, this guy needs him for it. Come here, you. Let's go. Get back here. Gotcha. So long. Smell you later. And now we just need to do one last thing. Hang on. I have a way to lock him out. That's it. Okay. Come on. Okay. Come on. Okay. Come on. Let's go. Come on. Come on. Come on. Let's go. You're out. We're out. Wie war das mit der Ordnung? Oh! Wasch now!